Boah, was? Yay, ein Leben. Aber ich glaube, ich verliere gar nicht einen Zieder, wenn das so weitergeht. Ach komm. Das Spiel hat echt Probleme, wenn es um Kurven geht. Ach komm schon. Das hätte locker klappen müssen. Mein Rang ist natürlich dementsprechend am Arsch, aber... Ich meine, ich hatte über 100 Ringe. Das hätte wahrscheinlich wacher gereicht, aber... ... ... ... Ja! Natürlich. Ja, würde ich auch behaupten. Wäre ich gerade nicht gestorben, hätten wir das wahrscheinlich locker... Ich weiß nicht, ich glaube S-Rank gab es hier noch gar nicht, ne? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das Spiel fühlt sich sicherlich schraubt. Es gibt keine Zeit, um zu verlieren. Ich muss schnell, um den Master Emerald zu finden. Ich bin bereit. 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 Was war das denn jetzt? ? Ich verstehe das hier nicht. Moment. ... unter in der Schaunstine. ... unter in der Schaunstine. ... unter in der Schaunstine. Hä? Hä? Ich stehe praktisch direkt daneben. Da stand unter einem Schaunstine. Also... ... aber runter geht wohl nicht. ... bzw. sehr tief geht es nicht. Oh, schön ein Leben. Warte, was? Moment. Moment. Ist das euer fucking Ernst? Ich kann mich in die Wand graben? Sag das doch einer! Ich glaube nicht, dass wir das vorher je machen mussten und Adventure auch nicht. Also, falls ihr gerade so einen Sprung von so etwa 10 Minuten bemerkt habt, dann habe ich daran gedacht, das auch zu schneiden. Denn ich hänge hier seit über 20 Minuten drin. So, wo ist das letzte Kackling? Ich habe auch einiges mal nachgelesen, wie es aussieht. Ändern sich die Locations? Teilweise hat das Spiel 60 Locations zur Auswahl. Hä? Wisst ihr Leute, sowas nennt man unnötig. So, was für Hinweis hast du für mich? Du kannst sie es, aber du kannst sie nicht nehmen. Soviel dazu. Was auch immer das sollte. Der Emerald ist hier. Irgendwo. Nein. Church Mountain. Ja, schön. Hier ist es wieder grün. Hier ist es wieder grün. In the cage at the bottom of the... What? Im Käfig? Boah. Nee, irgendwie nicht. Nee, nicht so richtig. Okay. Da, da, komm. Oh mein Gott, nein. Ich hoffe, ich denke, an das zu schneiden. Ich muss es stärker versuchen. Nee, Knuckles, einfach nicht so scheiße. Bitte. Bitte irgendein Sonic-Level, bitte ein Sonic-Level. Ha, ha, ha. Mein Name ist Dr. Eggman. Der größte Wissenschaftler der Welt, und bald der größte Rührer der Welt. Jetzt bevon wir den Beginn des größten Ämpires aller Zeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Chaos Emeralds sind wie Magnus. Sie haben die Macht zu beherren. Ich kann das benutzen, um zu finden, was Eggman ist. Die drei von euch, bitte! Ich werde die Polizei beherren. Ich werde die Polizei beherren. Ich werde die Polizei beherren, während du versuchen, hier zu finden. Find Eggman! Gordon! Die drei von euch! Das bedeutet, ich auch! Hey, warte! Na komm! Die drei von euch!